Liebe Freunde, willkommen zu diesem schönen Video. Ich möchte ganz gerne hier über das Thema Arm und Reich sprechen. Also jetzt nicht im wirklichen Leben Arm und Reich, sondern natürlich sich arm rechnen bzw. sich reich rechnen in der Klausur, im Handelsrecht bzw. im Steuerrecht. Da gibt es unterschiedliche Sachen, die man hier beachten muss beim sich arm rechnen, beim sich reich rechnen. Also zum einen, das eine ist wichtig, nämlich dass wir Wahlrechte, dass wir Wahlrechte nicht nur haben beim Ansatz, sondern auch bei der Bewertung. Denn du erinnerst dich, Ansatz, Ausweis, Bewertung sind ja die großen Themen dieser Zeit für das Fach Bilanzierung. Ansatz, die Frage, kommt eine Sache rein in die Bilanz? Ausweis, wenn die Antwort beim Ansatz war ja, dann stellt sich beim Ausweis die Frage, wohin kommt sie in die Bilanz? Und bei der Bewertung, in welcher Höhe kommt etwas in die Bilanz rein? So, und dann gibt es Wahlrechte beim Ansatz. Und zwar, Lombeer-Regel, drei Stück. Nämlich jenes nach 248 Absatz 2 Satz 1 HGB, die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltig erworben wurden. Das ist also hier mit einem Ansatzwahlrecht verbunden. Ich kann diese Auszahlungen, die dafür geflossen sind, aktivieren. Ich muss es aber nicht. Genauso, nur anders, das Thema Disagio. Das Disagio darf aktiviert werden, muss aber nicht aktiviert werden. Wenn der Rückzahlungsbetrag bei einem Kredit höher ist als der Auszahlungsbetrag, dann liegt hier ein Disagio vor. Paragraf 250 Absatz 3 Satz 1 HGB spricht dann davon, dass sich es aktivieren darf, aber nicht muss. Handelsrechtlich. Handelsrechtlich rede ich hier. So, und dann gibt es aktive, latente Steuern. Paragraf 274 Absatz 1 Satz 2 HGB, die aktiviert werden dürfen, aber nicht müssen. Aktive, latente Steuern. Bäm. Übrigens, in allen, also alle drei Ansatzwahlrechte sind handelsrechtlich anders als steuerrechtlich. Das erste beispielsweise, die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht endgeltig erworben wurden, die dürfen nicht in die Steuerbilanz rein. Also steuerrechtlich dürfen sie nicht aktiviert werden. Das zweite, das Disagio, muss aktiviert werden. Und die aktiven Netenten steuern. Das dritte, gibt es gar nicht in der Steuerbilanz. Also hier gewissermaßen drei Ansatzwahlrechte, die alle drei anders, und zwar anders anders, in der Steuerbilanz behandelt werden. Steuerbilanziell behandelt werden. So, das sind die Ansatzwahlrechte. Die Bewertungswahlrechte. Bei den Bewertungswahlrechten gibt es auch hier Sachen, die man anders sehen muss. Und zwar, beziehungsweise wo es Wahlrechte gibt, das heißt nicht etwa ein Wahlrecht, etwas reinzunehmen in die Bilanz, sondern in welcher Höhe man es reinnimmt in die Bilanz. 255 Absatz 2 Satz 3 HGB, bestimmte Komponenten der Herstellungskosten dürfen rein, müssen aber nicht. Oder 253 Absatz 3 Satz 6 HGB, das gemeldete Niederswertprinzip im Finanzanlagevermögen. Eine nur vorübergehende Wertminderung darf dazu benutzt werden, dass man eine außerplanmäßige Abschreibung vornimmt. Man muss es aber nicht. Man muss es aber nicht tun. Das heißt, hier rede ich über ein Wahlrecht, das im Rahmen der Bewertung stattfindet, nicht im Rahmen des Ansatzes hier ausgenutzt werden darf. Also wichtig hier Ansatzwahlrechte, Bewertungswahlrechte beim sich arm rechnen, beim sich reich rechnen. Und dann ist natürlich die Frage, tja, was geht denn ab? Wann und wie rechne ich mich denn arm und wie rechne ich mich hier reich? Also, sich arm rechnen bedeutet, ein Ansatzwahlrecht nicht auszunutzen. Sich arm rechnen bedeutet ein Ansatzwahlrecht und zwar ein Aktivierungswahlrecht. Denn Passivierungswahlrechte hier gibt es nicht, jedenfalls nicht mehr. Es gab sie mal vor Bill Mock, aber hier nicht mehr. Also mit Ansatzwahlrecht meine ich ein Aktivierungswahlrecht. Ein Aktivierungswahlrecht nicht ausnutzen heißt, dass ich mich dadurch arm rechne. Und warum? Ja, weil dadurch Auszahlungen am Anfang in voller Höhe als Aufwand gebucht werden und nicht erst später als Abschreibung in die Gewinn- und Verlustrechnung eingehen. Das ist ganz entscheidend. Also, angenommen, ich habe hier 1.000 Euro. 1.000 Euro für die Entwicklung eines Patents. Eines Patents oder ja, 1.000 Euro, mein Gott, 1.000.000 Euro. 1.000.000 Euro als Auszahlung hier für die Entwicklung eines Patents. Dann wäre der Buchungssatz, wenn ich mich arm rechnen wollte, wäre dann doch, und ich würde nämlich also in die Gewinn- und Verlustrechnung reingehen, ich würde also buchen, irgendwas an Bank, denn das Bankkonto, das sinkt auf jeden Fall. Und die Sache ist dann, ja was an Bank? Was eigentlich an Bank? Und die Antwort ist dann hier Aufwand an Bank. Aufwand an Bank. Aufwand an Bank. So, und da ich Bilanzpositionen immer gelb unterstreiche und GnV-Positionen immer grün, sieht man hier, dass Aufwand an Bank eben eine sich Arm-Rechnung ist, weil ich dadurch hier den Aufwand, volle Dröhnung habe, nämlich die 1.000.000 Euro. Wenn ich es nämlich anders mache, wenn ich es anders mache und das Ansatzwahlrecht hier ausnutze, § 248 Absatz 2 Satz 1 HGB, wie ist denn dann der Buchungssatz? Ja, wie ist denn dann der Buchungssatz? Dann ist doch der Buchungssatz immaterielle Vermögensgegenstände an Bank. Immaterielle Vermögensgegenstände an Bank. Und dadurch habe ich zwei Bilanzpositionen, zwei Bestandspositionen. Und habe mich dadurch, wenn ich das mal vergleiche, beim oberen habe ich mich deutlich ärmer gerechnet als beim unteren. Denn sich Arm-Rechnen ist eine Frage von Grün. Also jedenfalls in meinen Kursen. Ich benutze in meinen Kursen immer Grün für GnV und Gelb für Bilanz. Und sich Arm- und sich Reich-Rechnen ist eine grüne Frage, keine gelbe Frage. Wenn ich also hier gar nichts Grünes habe bei dem Buchungssatz immaterielle Vermögensgegenstände an Bank, dann habe ich mich unten reicher gerechnet und oben ärmer. Gut. Und im Laufe der Zeit, wenn ich dann also einen Vermögensgegenstand hier aktiviert habe und ihn dann abschreibe, erst dann, IVG an hier Abschreibungen, erst dann buche ich eine Aufwendung. Und zwar auch, meinetwegen über zehn Jahre, dann hier nur ein Zehntel jeweils. Also der grüne Pfeil an dieser Stelle, an der unteren Stelle, ist ja deutlich kleiner von der Bedeutung her als der obere Pfeil bei Aufwendungen. Und deshalb ist es klar, dass ich mich oben ärmer rechne. Dass ich mich oben also hier ärmer rechne. Hier, dieser Aufwand ist deutlich größer als dieser Aufwand. Und deshalb ist es richtig, zu sehen und zu sagen, dass man sich hier ärmer rechnet als hier. Dass man sich also dort reicher rechnet als hier. Weiße Bescheid. Der weiße Bescheid. Yes. So, das ist also hier die Sache mit handelsrechtlich. Dass man sich handelsrechtlich reicher rechnet oder ärmer rechnet, was es dann da so gibt. In einem weiteren Video werde ich das Ganze dann für das Steuerrecht machen. Also diese beiden Videos, they belong together. Sie gehören zusammen und ich werde das dann auch wieder verlinken, damit ihr hier Bescheid weißt. Das heißt, dort oder am Ende, je nachdem, wo ich es dann verlinke, damit du die beiden auch zusammen lesen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich über ein Abonnement dieses Kanals. Und außerdem sei gesagt, dass ich in meinem Spotify-Kanal, dass ich in meinem Spotify-Kanal oder Apple, iTunes, was auch immer, wo immer du Podcasts hörst, dass ich dort auch ein Kapitel über Arm und Reich zusätzlich hier drin habe. So sieht es aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.